Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in diesem Video, in einer neuen Quick-Tipp-Montag-Folge, wo ich immer so einen kleinen, so einen ganz kleinen Tipp habe, der deine Fotografie, deine Videos, deine, ich weiß nicht was genau, Bildbearbeitung, was mir halt eben als Thema so ein kleines bisschen vor die Füße fällt, klingt, als würden sie mir wirklich vor die Füße fallen. Ganz so einfach ist es nicht, aber ich habe heute für dich alles Mögliche zum Thema Iso-Rauschen. Ganz wichtig vorab, weil es so schon ein paar verwirrende Kommentare unter den Videos waren, diese Quick-Tipps sind Inspiration, sind kurze Geschichten, wo man einfach mal sagen kann, so das wäre doch mal eine geile Idee, das so irgendwie umzusetzen, daran habe ich schon lange nicht mehr gedacht, das habe ich schon lange nicht mehr ausprobiert, so könnte man auf Dinge eingehen, das ist es. Es ist kein Tutorial, wo ich jetzt sage, hey komm, das sind die 50 Schritte, die du machen musst, damit das funktioniert, sondern es ist eher Inspiration. Und genau so läuft es mit dem Iso-Rauschen. Denn Iso-Rauschen entsteht, klar, wenn wir in schlecht beleuchteten Situationen fotografieren oder filmen, man kann es im Endeffekt auf beide Dinge anwenden. Und ja, was ist jetzt die beste Lösung, um Iso-Rauschen zu vermeiden? Wer denkt, es ist eine bessere Kamera, liegt hier leider ein kleines bisschen falsch. Denn tatsächlich habe ich in meinen, in den meisten meiner Bilder, kommt darauf an, wer sie betrachtet und wie, ich sage mal, penibel man in dem Moment ist, sehr wenig Iso-Rauschen, auch wenn sie in schlechten Lichtsituationen aufgenommen wurden. Der Grund dafür ist, erstens, ich suche mir natürlich Licht. Das können ganz kleine Lichtquellen sein. Je mehr Licht man in dem Moment in die Videos mit reinnimmt, in die Fotos mit reinnimmt, egal was mit reinnimmt, umso weniger muss man den Iso-Wert nach oben treiben. Das ist schon mal ein Punkt. Der zweite Punkt ist eine Offenblende. Eine Festbrennweite mit einer offenen Blende kann den Iso-Wert so extrem schonen, das ist unglaublich. Ich habe hier ein perfektes Rechenbeispiel. Das ist, wenn ich mit einer normalen Blende fotografiere, was ich, 4, 5, 6 oder sowas in die Richtung, oder wenn ich halt mit einer Offenblende fotografiere. Hier so ein kleines bisschen aufpassen, weil der Autofokus und Dunkelheit, das funktioniert nicht immer ganz so 100%, gerade wenn man eine offene Blende noch verwendet. Also es ist tricky, so zu fotografieren, aber wenn du Iso-Rauschen vermeiden willst, such dir Licht, das ist auf jeden Fall wichtig. Und selbstverständlich, guck, dass du so offenblendig wie möglich fotografierst. Guck, dass du erst an die anderen Werte gehst, bevor du mit dem Iso-Wert nach oben gehst. So, das ist schon mal der erste Part. Der zweite Part ist ebenfalls ganz wichtig, nämlich du musst deine Kamera kennenlernen. Du musst wissen, wie weit du sie nach oben treiben kannst. Denn jede Kamera funktioniert anders. Jede Kamera kann Iso-Rauschen ein kleines bisschen besser ab als eine andere. Und klar weiß ich, in dem Moment, weil ich es ausprobiert habe, weil ich schon so viele Fotos fotografiert habe mit den Kameras, dass beispielsweise hier meine 5D Mark III, mit der ich schon viele Hochzeiten hatte, problemlos bis 3200 geht. Es kommt ein kleines bisschen drauf an, für wen man in dem Moment fotografiert und was man natürlich auch... Es kommt so ein kleines bisschen drauf an, für wen man in dem Moment fotografiert und was man natürlich auch fotografiert. Reportage ist was, wo man schlechte Bildqualität in Anführungszeichen eher verzeiht, als wenn ich das jetzt in einem Studioshooting machen würde. Stell dir vor, ein Studioshooting mit 6400 ISO. Das ist ja irgendwie, es passt nicht ganz so zusammen. Da erwartet man eher so perfektes Licht und perfekte Kameraeinstellungen und technisch eigentlich ein perfektes Bild. Muss man so ein kleines bisschen drauf achten. Aber man verzeiht hier sehr viel. Auch Betrachter von Fotos verzeihen unglaublich viel. Und gerade wenn man für Kunden fotografiert. Glaubst du, dein Brautpaar weiß, was ein ISO-Rauschen ist? Das sehen die meistens gar nicht so eng. Solange es besser aussieht, wie auf dem Handy. Ist jetzt ein bisschen krass formuliert, ja. Aber ganz ehrlich, nicht Fotografen, nicht Filmer sehen ISO-Rauschen lange nicht so schnell, wie du das in dem Moment vielleicht siehst. Also, wenn du jetzt weißt, wie weit deine Kamera in dem Moment mit dem ISO-Wert gehen kann, kannst du in dem Moment auch fotografieren. Ja, fotografiere einfach in diesem Bereich und schau, dass halt die anderen Einstellungen entsprechend sich anpassen. Jetzt gibt es natürlich Momente, in denen, ja, hat man jetzt vielleicht schon ein Foto gemacht, das rauscht, vielleicht schaust du dir auch dieses Video an, weil dein Bild rauscht. Und du wissen willst, wie kriege ich das jetzt wieder weg? Okay, habe ich auch einen Punkt für dich, den du auf jeden Fall ein kleines bisschen genauer anschauen solltest. Denn so kann man noch relativ viel retten, in Anführungszeichen. So, erst einmal gehen wir in Lightroom. Das ist die Software, mit der ich das in dem Moment immer mache. Und haben dort den Bereich Details. Im Bereich Details können wir mit Rauschreduzierung zwei Dinge korrigieren. Zuerst einmal das Farbrauschen. Und zum anderen Mal das Luminanzrauschen. Farbrauschen ist, dass du eine Farbstörung mit reinbekommst und gewisse Bilder, gewisse kleine Pixel in deinem Foto ein bisschen rötlicher, grünlicher oder sowas in der Richtung werden. Das ist bei RAW-Dateien tatsächlich standardmäßig schon mal mit rausgenommen. Ist ein ganz cooles Feature. Wenn das zu wenig oder zu viel ist, kann man da noch ein kleines bisschen nachhelfen. Nach rechts gehen in dem Moment mehr Farbrauschen raus. Nach links gehen in dem Moment weniger Farbrauschen raus. Da kriegt man es wieder mehr rein. Ist klar, beim Luminanzrauschen muss man jetzt so ein kleines bisschen gucken, dass man die Balance findet. Denn Rauschen ist nichts anderes als Details. Wenn wir Rauschen reduzieren, zerstören wir ja oder verringern wir den kleinen feinen Unterschied zwischen hell und dunkel. Aber auch Schärfe ist der kleine feine Unterschied zwischen hell und dunkel. Das heißt, wir brauchen die Balance, dass wir durchs Rausch reduzieren ein kleines bisschen weniger Rauschen reinbekommen und mit dem Detailregler wieder Details reinholen. Klar ist es so, wenn wir wieder mehr Details oder mehr Kontrast reinholen, das sind die beiden Regler da unten, dann kriegen wir natürlich auch wieder mehr Rauschen und müssten mit dem Rausch reduzieren Regler eventuell gegenarbeiten. Das ist jetzt eigentlich hier so die Kunst, da die Waage zu finden. Denn Rausch reduzieren zerstört Details. Details bringt Rauschen wieder hervor. So ein kleines bisschen ausprobieren kann sein, dass man das in dem Moment für jedes Bild in dem Moment nochmal genau anpassen muss. Aber man kriegt hier schon sehr, sehr viel raus, was man am Anfang gar nicht gedacht hätte. Auf jeden Fall ausprobieren. Auf jeden Fall schauen, dass du Rauschen vor dem Fotografieren oder beim Fotografieren schon vermeidest, so gut es geht. Hab auch keine Angst, deine ISO-Version zu benutzen. Dafür ist er auf jeden Fall da. Es geht einfach nur jetzt darum, nicht zu viel mit reinzusetzen. Nur zwangsweise auf ISO 100 fotografieren schränkt einen aber auch echt unglaublich ein. Okay, du weißt Bescheid. Das war es soweit mit diesem Klick-Tipp. Wenn du ein bisschen mehr zum Thema Lightroom lernen möchtest oder auch zum Thema Fotografie, habe ich hier zwei passende Kurse für dich. Das ist genau das, was ich in dem Moment gezeigt habe. Kommt natürlich auch im Detail in diesem Kurs mit dran. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder.